Rockstar Games startet einen eigenen Games-Launcher, die E3 wird zum Festival für Publikum und Influencer und ein Street Fighter 5-Profi verliert aus Protest 98% seines Preisgelds. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. Nach Steam, Ubisoft, Epic und Blizzard macht jetzt auch Rockstar Games einen eigenen Games-Launcher. Der Rockstar Games-Launcher ersetzt den bisherigen Rockstar Social Club und wird damit quasi zur Pflicht für alle Rockstar-Spiele. Wer also GTA 5 auf Steam gekauft hat, wird künftig auf den Rockstar Launcher umgeleitet, um das Programm zu starten. Damit entfällt allerdings auch die Option, Titel wie GTA 5 im Offline-Modus zu spielen, denn aktuell braucht der Rockstar Games-Launcher zwingend eine Internetverbindung. Neben der eigenen Rockstar Games-Spielebibliothek gibt's auch einen integrierten Store. Beides fällt, weil's ja nur Rockstar Games-Spiele sind aktuell noch übersichtlich aus. Im Store warten aktuell nur Bully, Max Payne 3, GTA 5, GTA Vice City, GTA 3, L.A. Noire und GTA San Andreas. San Andreas gibt's übrigens auch gerade geschenkt für alle, die sich das Programm installieren. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung sorgt natürlich sofort für Spekulationen. Bedeutet die neue Spiele-Plattform, dass jetzt Red Dead Redemption 2 als Killer-App für PC veröffentlicht wird, offiziell bestätigt es mal wieder nichts. Die Spielemesse E3 soll im kommenden Jahr ganz anders werden. So planen die Veranstalter der Entertainment Software Association, dass die Veranstaltung in Los Angeles künftig zum Influencer, Presse und Fan-Event mit Festival-Charakter werden soll. Damit würde die bisher eher auf Fachpublikum ausgerichtete Messe deutlich mehr der Gamescom in Deutschland ähneln. Die Quelle der neuen Pläne ist eine interne Präsentation der ESA. Darin steht, dass man das Kontingent an öffentlich verfügbaren Tickets von bisher 15.000 auf 25.000 aufstocken will. Zudem soll's nur noch einen Fachbesuchertag geben, danach können alle Besucher die Messehallen stürmen. Um große Warteschlangen zu vermeiden, planen die Veranstalter eine E3-App, über die man bequem Anspieltermine online buchen kann und dann zu vereinbarten Zeiten direkt drankommt. Sollten trotzdem Schlangen entstehen, gibt's den Vorschlag mit sogenanntem Cue-Tainment die Wartenden mit werblichen Darbietungen zu unterhalten. Zudem sollen Influencer, Sportler und Schauspieler mehr in den Fokus rücken. Zwar hat sich das Gremium dagegen ausgesprochen, diese Stars direkt zu bezahlen, man plant aber die bekannten Gesichter und ihre Reichweite über die Zusammenarbeit mit Charity-Projekten auf die Messe zu locken. Als Beispiel wird etwa genannt, die Basketballmannschaft der LA Lakers, ein Turnier mit Schauspielern und Fans in einem Basketball-Videospiel ausspielen zu lassen. Für diese Zwecke will die ESA gezielt mit Talentagenturen wie UTA und CAA zusammenarbeiten. Kritisch diskutiert wird aktuell noch eine Folie der Präsentationen, in der die Rede von bezahlten Medienpartnerschaften ist. Als Beispiel dafür nennt die ESA die CNBC-Sendung Tech Impact, bei der man im vergangenen Jahr bereits Beiträge eingekauft hat. Pikanterweise wurde das aber nirgends bei Tech Impact entsprechend markiert. Medienpartnerschaften zu messen wie der E3 sind übrigens keine Neuheit, in der Regel werden diese aber nicht bezahlt. Die E3 kämpft seit einigen Jahren mit schwindender Relevanz, da zunehmend mehr Publisher wie Sony die Messe komplett meiden oder außerhalb der Messehallen ihre eigenen Veranstaltungen wie etwa die EA Play veranstalten. Eigentlich hätte Street Fighter V Profi Yusuke Momochi für seinen Turniersieg beim Capcom Pro Tour Asia Premier während der Tokyo Game Show satte 42.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen dürfen. Bekommen hat er aber nur knapp 840 Euro aus Protest gegen japanische Bürokratie. Denn obwohl Momochi bereits seit 2007 im Fighting Game Zirkus aktiv ist, hat er bis heute keine sogenannte E-Sport Lizenz der japanischen E-Sport Gewerkschaft Jisoo. Ob man eine solche bekommt, entscheidet ein Gremium innerhalb der Jisoo und das stößt Momochi sauer auf, weil er findet, dass nicht irgendwelche unbeteiligten Leute darüber entscheiden sollten, wer tatsächlich ein E-Sport Profi ist und wer nicht. Rechtlich hat das Ganze den Hintergrund, dass Glücksspiel in Japan illegal ist und nur mit offizieller Jisoo Lizenz dürfen E-Sportler in Japan an Turnieren mit Preisgeld teilnehmen und das dann auch tatsächlich mitnehmen. Obwohl man auch Momochi eine solche Lizenz angeboten hat, soll er abgelehnt haben, da er der Meinung ist, dass nicht eine Behörde über etwas entscheiden sollte, was aus einer Spieler-Community heraus erwachsen ist. Und auch wenn ihn diese Entscheidung jetzt und in Zukunft einen Haufen Geld kosten wird, will Yusuke Momochi seinen Prinzipien treu bleiben. Ebenfalls seinen Prinzipien treu bleibt mein Kollege Maurice Weber und den ärgert jetzt am Ende des Sommers ausgerechnet ein Kühlschrank. Viel Spaß mit dem aktuellen Kommentar aus der Redaktion. Fallout 76 kann einfach nicht aufhören sich in die Nesseln zu setzen. Und es wird mit seinen Mikrotransaktionen sogar immer unverschämter. Es gibt jetzt allen Ernstes einen Kühlschrank für fast 7 Euro, in dem dann eure Nahrung langsamer verfault und außerdem könnt ihr euch einen Roboter kaufen, der Schrott für euch sammelt. Beides gibt's für Atome, die Echtgeld-Währung von Fallout 76, die man der Fairness halber auch im Spiel verdienen kann, aber wie so oft ist das ein langwieriger Prozess. Und was ich daran so unverschämt finde, ist nicht nur, dass Pete Hines eigentlich mal versprochen hatte, dass es im Atom-Shop nur kosmetische Items geben würde. Ich finde das vor allem deswegen so dreist, weil Fallout 76 hier Lösungen für grundlegend nerviges Game-Design für Echtgeld verkauft. Denn Fallout 76 ist ja ein Spiel, das dir ständig auf die Nerven geht. Du musst einerseits Berge von Schrott sammeln, hast aber andererseits nie genug Tragekapazität dafür. Und dann gibt's jetzt eben den Echtgeld-Roboter, der für dich sammelt und davor schon die Scrap-Kits, die Items im Inventar zerlegen und auch noch den Schrott für dich ins Lager schicken, was du sonst manuell machen müsstest und was enorm nervig ist. Und Bethesda weiß ja offensichtlich, dass das nervig ist, sonst wird's kein Geld kosten, das zu überspringen. Und übrigens jedes Mal aufs Neue, denn Scrap-Kits sind Einweg-Items. Ich finde das eine absurde Praktik und eine absurde Art, Spiele zu designen. Ich würde da einfach nur sagen, Leute, bevor ihr sowas verkauft, macht doch erstmal ein problemfreies Spiel. David Gaider, ehemaliger Lead Writer bei Bioware, eröffnet zusammen mit Liam Esler ein neues Studio. Summerfall Studios geht im australischen Melbourne an den Start. Das erste Projekt des neuen Entwicklers hat noch keinen Namen, soll aber ein handgezeichnetes Adventure mit Fokus auf starke Charaktere werden. Finanzieren will Summerfall das Spiel über Kickstarter. David Gaider hat bei Bioware Kult-Charaktere wie HK47 in Knights of the Old Republic geschrieben und war außerdem Chefautor für Rollenspielhits wie Dragon Age Origins. Mehr zu Summerfall und dem neuen Spiel soll's zur PAX Australia Messe vom 11. bis 13. Oktober geben. Auf der offiziellen Website von Summerfall kann man sich jetzt anmelden, um kommende Woche einen ersten Vorgeschmack aufs neue Spiel zu bekommen. Haven Island heißt das idyllische Urlaubsparadies, auf dem Auftragskiller 47 demnächst kreativ morden darf. Denn die Entwickler von IO Interactive haben den neuen Sandbox-Schauplatz für Hitman 2 offiziell angekündigt. Die Privatinsel liegt in den Malediven und 47 soll dort unter falschem Namen einchecken, um drei Zielpersonen auszuschalten. Die zugehörige Kampagnen-Mission The Last Resort soll das Finale der Story von Hitman 2 werden und ab dem 24. September für Käufer des Expansion Passes verfügbar sein. Das war's für heute mit den News. Zum Schluss noch ein paar Video-Empfehlungen. Wie gut Hitman 2 ist, das zeigen wir euch hier und wenn ihr auf dieses Video klickt, werdet ihr bestimmt Millionär. Hier werdet ihr Abonnent. Die nächste Sendung gibt's morgen. Bis dahin, weiterspielen.